Leute ist euch das hier aufgefallen? Bei der Verfolgungsjagd mit dem B2 Superkampf reden im Kapitel 22 von The Mandalorian können wir ganz kurz was sehr witziges im Hintergrund sehen. Die rennen dann nämlich an einem Verkaufsstand von nichts anderem als diesen Power Ranger Scootern aus The Book of Boba Fett vorbei. Das ist nur für ein paar Sekunden zu sehen, wenn ihr also im falschen Moment weg schaut, sind die nicht mehr da. Aber das finde ich wirklich ein kleines lustiges Easter Egg. Die Sache ist aber auch, das Design finde ich immer noch wirklich hässlich und für Star Wars einfach wirklich wirklich zu nah an Vespas unserer Welt. Aber hier bei dem Planeten Plasier 15, eine Utopie unter einer Glaskuppel auf einer ehemaligen imperialen Welt, die jetzt scheinbar sehr reich und fortschrittlich ist, kaufe ich diese Dinge halt einfach ab. Denn hier passen die schon rein. Definitiv besser rein auf jeden Fall, als auf Tatooine. Was meint ihr?